Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Wir diskutieren hier diverse Berichte aus dem Gesundheitsausschuss. Berichte, wo es eben zum einen, die Kollegin Heine Schossack hat ja auch schon in ihrem Statement gesagt, wo es eben um technische Anpassungen bei der Impfpflicht geht, wo es um Adaptierungen geht. Ein Beispiel, was ja auch genannt wurde, und da finden wir uns ja auch wieder, ist eben diese Konkretisierung, dass es eben keine Kontrollpflicht gibt, wenn sich Menschenhilfe suchen, dann die Exekutive wenden. Da finden wir uns auch. Wo wir uns nicht finden, ist in der Frage der digitalen Plattformen, weil das war eigentlich von vornherein immer klar, dass hier die Bundesländer eine gewisse Verantwortung selber zu tragen haben. Das war auch während den Verhandlungen immer wieder Punkt und ist also auch während den Verhandlungen auch immer wieder auf den Tisch gekommen. Spannenderweise haben sich heute auch hier die Bundesländer, zumindest ist das Meinwissensstand, sich auch in der Begutordnung etc. sich hier nie entsprechend eben geäußert. Aber wir werden auch das hier heute dementsprechend eben noch anpassen und werden auch diese Frage, wo es eben um diese Ausnahmezertifikate eben geht, soweit regeln, dass das eben eindeutig ist und dass das eben geklärt ist und dass eben auch hier eine entsprechende rechtliche Grundlage eben besteht. Dementsprechend möchte ich auch hier gleich zum Top 5 einen entsprechenden Abänderungsantrag eben einbringen, wo es eben um diese digitalen Ausnahmezertifikate, um das Ausnahmemanagement auch insbesondere in der Überschneidung zwischen den einzelnen Bundesländern geht, damit eben auch diese Kritik eben auch genüge getan wird und dass wir eben dieses Thema damit eben hoffentlich endlich vom Tisch bekommen, sodass eben diejenigen, die eben eine Ausnahme von der Impfpflicht vorweisen können, dementsprechend das eben auch glaubhaft in den Systemen so drinnen haben, dass sie eben auch im Falle des Falles nicht gestraft werden können. Ich glaube, das ist wichtig und da brauchen wir uns nichts vormachen, das muss einfach sauber geklärt sein. Aber nur einmal, wie schon gesagt, diesen Vorwurf jetzt hier in die Richtung der Bundesregierung zu setzen und so zu tun, als ob man hier die Bundesländer irgendwann einmal im Regen stehen gelassen hätte, das stimmt einfach nicht und das muss man auch dementsprechend zurückweisen. Zum anderen geht es hier bei diesem Tagesordnungspunkt auch darum, um die Frage der kommunalen Impfkampagnen. Leider Gottes haben wir hier jetzt keine Vereinbarung finden können, dass wir eben eine kommunale Impfprämie an die Kommunen eben ausschütten können. Aber zumindest können wir auch einmal unterstützen die Kommunen, Gemeinden, Städte bei der Bewerbung, beim Aufklären über die Impfung. Und ich glaube, das ist einfach insofern auch wichtig. Wir verabschieden uns von Ihnen auf ORF 3. Sie können natürlich im Livestream noch weiterschauen. Ganz am Ende des Tages wird es um die Aufhebung der Immunität von ÖVP-Klubobmann August Wülginger gehen. Mein Name ist Susanne Täubel. Es hat mich sehr gefreut, Sie heute durch diese Live-Übertragung des zweiten Plenarsitzungstages im Parlament eine Zeit lang begleiten zu dürfen. Auf sehr niederschwellige Art und Weise dort, wo es eben auch notwendig ist, dementsprechend eben nochmals an die Menschen herantreten, sie davon überzeugen, impfen zu gehen. Weil wir wissen, die Impfung ist unser bester Schutz in dieser Pandemie und hilft uns als Werkzeug gesehen auch am besten aus dieser Pandemie heraus. Zudem verlängern wir mit den heutigen Tagesordnungspunkten auch noch das Fernrezept. Ab Juni soll es ja hier eben eine entsprechende rechtliche Lösung über ELGA geben, also eine technische Lösung über ELGA geben. Hier war ELGA bis dato leider Gottes säumig, hat nicht die Leistung gebracht, die schon bereits zugesagt wurde. Aber okay, da müssen wir halt eben nur einmal das Fernrezept so in der jetzigen Form eben verlängern und dementsprechend dann ab Juni soll es ja dann eben auch eine entsprechende ELGA-Lösung geben. Was ich noch einbringen möchte, ist ein zweiter Abbauänderungsantrag. Auch der wurde bereits verteilt, soweit ich das mitbekommen habe, nämlich zum Tagesordnungspunkt 7. Da geht es darum, dass wir eine letztmalige Verlängerung des sogenannten Erstattungskodex vornehmen mit dementsprechenden Abschlägen. Neu ist eben auch hier, dass wir einen Abschlag auch auf die sogenannten No-Box-Präparate vornehmen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil das sind sehr, sehr teure Präparate, wo es eben auch darum geht, dass wir auf der einen Seite eben unsere Sozialversicherungen dementsprechend für die Zukunft eben auch entlasten versuchen. Der Punkt bei den Sozialversicherungen, wo momentan die meisten Kostensteigerungen da sind, zumindest ist es das, was Peter Lehner, was Bernhard Wurzer und was eben auch Dr. Vogel eben hier in den letzten Wochen immer und immer wieder auch mitgeteilt haben, sind einfach die Medikamentenkosten. Und hier müssen wir eben auch entsprechend eingreifen. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich eine Versorgungssicherheit im Land, wir brauchen natürlich auch eine Planungssicherheit. Wir machen hier angesichts der aktuellen Situation eine letztmalige Verlängerung, aber definitiv auch zugunsten der Versicherten. Was ich noch zum Schluss noch anführen möchte, zum Thema Komplementärmedizin wird dann eben eine Kollegin Eva Blümlinger noch sprechen. Ich möchte aber schon noch zwei Dinge noch gerade rücken, weil es erst geheißen hat, es passiert nichts. Und wir haben es ja gestern schon öfters gehört. Ich muss das hier nochmals zurechtrücken. Sowohl was Long-Covid anbelangt, als auch was psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen anbelangt, ist sehr, sehr viel in der Zwischenzeit passiert. Wenn wir über Long-Covid reden, dann reden wir darüber, dass eben Österreich eines der ersten Länder einen entsprechenden Diagnosepfad hat, dass wir mit den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern eine erste Anlaufstelle für Long-Covid-Patientinnen und Patienten haben. Dass die Geschichte natürlich um etwas, also schon durchaus komplexer und komplizierter ist, also einfacher Schnupfen oder eine einfache Grippe. Ich glaube, das wissen wir auch in der Zwischenzeit. Aber wir haben auch dafür gesorgt, dass eben die Betroffenen selbst nicht nur bei der SPÖ andocken können, sondern auch eben im Ministerium im obersten Sanitätsrat andocken können, um dort eben sich auch einzubringen bei der entsprechenden Arbeitsgruppe. Ich habe es gestern schon erwähnt. Es sollte hier heute nochmals erwähnt werden, weil ja offensichtlich immer so getan wird, als ob das alles nichts wäre. Das andere Thema, wo es um die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen geht, ich glaube, die Kollegin Heine Schossig hat die Pressekonferenz des Ministers gemeinsam mit der Staatssekretärin Plackholm und mit dem Minister Polaschek letzte Woche versäumt. Da ist es ganz genau um das gegangen, nämlich um ein eigenes Paket, Kollege Stöger, man hört dich hier draußen leider eh nicht, wo es um ein eigenes Paket gegangen ist, eben für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen, durch Psychotherapeutinnen und Therapeuten und durch Psychologinnen und Psychologen. Also wir tun da schon einiges. Also in diesem Sinne, ich bitte um Zustimmung zu den beiden Abbauänderungsanträgen. Und Kollegin Heine Schossig, ansonsten können wir uns ja nachher noch einmal darüber unterhalten, was wir da die letzten Wochen so alles auf den Weg gebracht haben. Danke. Die beiden Abänderungsanträge wurden in den Grundzügen erläutert, werden gerade verteilt oder wurden bereits verteilt und stehen mit in Verhandlung. Böderung. So.